Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Ja, in dieser Woche gibt es nochmal Hochsommerwetter für alle mit Temperaturen von teilweise 35 oder 36 Grad in der Spitze und auch tropischen Nächten. Das heißt, nachts sinken die Temperaturen teilweise nicht unter 20 Grad und dann sprechen wir Meteorologen von einer tropischen Nacht. Aber nächste Woche ab Montag könnte es langsam kühler werden und im Verlauf der ersten Septemberwoche, da könnte es in den Alpen sogar den ersten Wintereinbruch der neuen Saison geben. Doch schauen wir uns erstmal die Wetterlage am heutigen Dienstag etwas genauer an und wir sehen, auch heute gibt es wieder viel Sonnenschein. Von Flensburg bis nach Garmisch-Partenkirchen, da lacht die Sonne heute meist vom blauen Himmel herab. Aber später am Nachmittag, da können sich stellenweise wieder einzelne Schauer und Gewitter bilden. Lokal auch mit Hagel, mit Sturm und auch mit Starkregen. Die Temperaturen, die liegen so um 27 Grad an der Nordseeküste und 26 Grad am Alpenrand. Sonst werden 31 bis 34, im Osten sogar stellenweise bis zu 35 Grad erwartet. Nun, die kommende Nacht, die wird dann tropisch werden. Die Temperaturen sinken teilweise nicht unter die 20-Grad-Marke. Im Westen in einigen Ballungsräumen, da liegen die Tiefstwerte um 22 Grad. Es wird also eine ziemlich unangenehme Nacht werden und man kann auch nur sehr schlecht schlafen. Dazu gibt es ein Gemisch aus vielen Wolken. Ab und zu funkeln mal die Sterne. Hier und da kann es vor allen Dingen im Nordosten noch einzelne Schauer, lokal auch einzelne Gewitter geben. Wie geht es im Rest der Woche weiter? Nun, insgesamt bleibt es sehr warm bis heiß. Die Temperaturen erreichen am Mittwoch wohl ihren Höhepunkt. Dann im Osten bis zu 36 Grad. Und auch der Donnerstag und der Freitag bringen nochmal sehr wechselhaftes Wetter. Viel Wärme, aber stellenweise auch heftige Schauer und Gewitter. Wobei es zum Freitag hin etwas kühler wird. Dann Temperaturen meist so um 21 bis 28 Grad. Also unterhalb der 30-Grad-Marke. Aber schon am Wochenende, da können zumindest am Samstag lokal schon wieder bis zu 30 Grad im Südwesten erwartet werden. Aber am Sonntag und Montag wird es dann wieder wechselhafter und vor allen Dingen zum Montag hin auch schon ein ganzes Stückchen kühler. Temperaturen dann gerade mal noch 16 bis 24 Grad. Und dieser Abwärtstrend, der könnte sich dann in der ersten Septemberwoche fortsetzen. Und den Alpen, wie gesagt, oberhalb 17 bis 1800 Metern sogar den ersten Schnee der Saison bringen. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da und vergesst nicht unseren Kanal wetternet auf YouTube zu abonnieren. Tschüss und noch einen schönen Dienstag.